Russland plant neue Bestrafungsformate für Ausländer. Der russische Strafvollzug und der Rat für Menschenrechte haben eine Vervollständigung der Bestrafungsmöglichkeiten für Ausländer vorgeschlagen, die in Russland die Strafgesetzgebung verletzt haben. Eine entsprechende Ergänzung der Gesetzgebung wurde vom russischen Präsidenten gefordert. Ziel der Gesetzesergänzung ist eine Verbesserung des Aufenthaltes von Ausländern im russischen Strafvollzug und vor allem wohl eine Entlastung der Belegungsquote der vorhandenen Strafvollzugseinrichtungen in Russland. So sollen Ausländer, die der Verletzung der russischen Gesetzgebung verdächtig sind, zwangsausgewiesen werden können. Diese Zwangsausweisung soll die Hauptart der Bestrafungsform für Ausländer werden. Nicht ausgewiesen werden sollen allerdings Ausländer, die schwere Straftaten verübt haben. Gleichzeitig sehen die Vorschläge vor, dass schwangere Frauen Frauen, die Kinder im Alter bis zu drei Jahren haben und Invaliden nicht in den Strafvollzug müssen. Es sei denn, sie haben schwere Verbrechen begangen.